Und live im ZIP2-Studio begrüße ich jetzt den stellvertretenden Grünen-Bundessprecher Werner Kugler. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kugler, wir haben Freda Meissner-Blau gerade im Beitrag gesehen. Sie war vor etwa zehn Tagen bei uns zu Gast im Studio. Wir haben damals über 30 Jahre Heimburg gesprochen. Wir haben auch über die Anfänge der Grünen gesprochen. Sie ist der Gründungsmitglied über diese wilde Bewegung, muss man sagen, die sich eigentlich nur einem Gedanken verschrieben hatte, nämlich die Umwelt zu retten. Jetzt, 30 Jahre später, sitzen die Grünen in sechs von neun Landesregierungen und als eines ihrer Prestigeprojekte gilt die Fußgängerzone in der Wiener Marie-Hilfer-Straße. Bei allen Erfolgen muss man nicht sagen, da ist doch wirklich viel Ideologisches verloren gegangen. Das glaube ich nicht. Abgesehen davon, dass die Grünen ja immer schon eine Bewegung waren, die sich aus vielen Wurzeln zusammengesetzt hat, die kritischen Katholikinnen und Katholiken. Ich weiß, dass wer in Graz dabei sein durfte, wie sich die ersten großen grünen positiven Zellen formiert haben. Oder auch die Frauenbewegung, die Anti-AKW-Bewegung. Alles das waren sozusagen Ingredienzien für das Zustandekommen einer grünen Bewegung. Ja, und als Verlänger der Arme einer Partei. Aber wenn Sie in den Beitrag schon die Maria-Hilfer-Straße so stark strapazieren, ich glaube, dass damit halt auch die Durchsetzungs- und Umsetzungsfähigkeit bewiesen wurde. Und wenn wir anschauen, wie die Maria-Hilfer-Straße heute ausschaut, nämlich so, dann ist das, glaube ich, ein sehr großer Erfolg. Und was ist da nicht alles geschrien worden, Mord und Totschlag, so war es ja wirklich. Die Grünen haben das bravourös gemeistert in Wien, finde ich, weil sie bewiesen haben, dass man auch mit Argumentieren, mit Diskutieren, auf die Leute zugehen, das war ja jeder Haushalt besucht dann, jedes Kaffeehaus, hier, ja, richtig, noch einmal das Ruder herumgerissen haben. Das war eine große Leistung, finde ich. Und jetzt sind wir froh, dass so ausschaut und nicht so. Dass Sie dieses Bild mitgebracht haben, zeigt ja auch, wie wichtig Ihnen das ist. Auch Eva Klawischnik hat bei der Club-Klausur die Fußgängerzone auf der Maria-Hilfer-Straße als eines der Kernprojekte der grünen Regierungsbeteiligung angeführt. Ich frage das deshalb, weil morgen geht das wärmste Jahr der Messgeschichte zu Ende. Es gibt nicht wenige Experten, die das auf die Klimaerwärmung zurückführen. Das weiß niemand so gut wie die Grünen. Allerdings hat man schon den Eindruck, dass das in den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher nicht wirklich so angekommen ist, dass das nicht als so bedrohlich wahrgenommen wird. Und dass die Grünen eher als Protestpartei, als gegnerischen Akt sozusagen gegen das Establishment gewählt werden und weniger wegen dem Umweltgedanken. Haben Sie nicht das Gefühl, dass durch diese Regierungsbeteiligung der Umweltgedanke ein bisschen unter den Tisch fällt? Da muss ich wieder widersprechen. Die Positionierung Österreichs innerhalb der Union, der europäischen und die Rolle der Union ist sicher verbesserungsfähig, was diesen Weltklimavertrag betrifft. Aber wer ist es denn in Österreich, der hier an vorderster Front kämpft? Das ist Christiane Bruner, die grüne Umweltsprecherin. Wir haben hier tatsächlich im nächsten Jahr viel zu tun. Wir haben viel vor. Es liegt im Argen und da gibt es einiges zu investieren. Das steht ganz oben auf unserer Liste. Aber im Übrigen auch das Freihandelsabkommen, das sogenannte. Da befindet sich die Regierung erstens wie üblich im Streit und zweitens droht, dass der Herr Vizekanzler die ÖVP-Spitze nach rechts abbiegt, während der Kanzler in Wien links blinkt. Also da geht es auch darum, dass wir in der europäischen Union ein zweites Mal klar Farbe bekennen als österreichische Republik. Und wieder sind es die Grünen, die federführend waren, die ÖVP und die SPÖ im Parlament dazu gezwungen haben, einen vernünftigen Beschluss herbeizuführen. Und jetzt will man noch schauen, dass der Herr Vizekanzler auch in dieser Richtung verhandelt. Das ist alles Aufgabe der Grünen, höchste Umweltschutzherausforderung, aber höchstes Engagement der Grünen und ich glaube auch sehr hohe Kompetenz. Klar ist, dass sie natürlich die Zeit jetzt auch ein bisschen nützen wollen, um mit der Regierung abzurechnen. Wenn wir wieder zu den Grünen zurückkommen, dann muss man sagen, Fakt ist, die Grünen müssen im kommenden Jahr zwei wichtige Wahlen schlagen, nämlich zwei, zumindest zwei, sind besonders wichtig, weil es da bereits eine Regierungsbeteiligung gibt, nämlich in Wien und in Oberösterreich. Wenn wir uns die Detailergebnisse aus Wien anschauen, bei der Europawahl sehen wir Neubau 36 Prozent, Maria Hilf 32,6 Prozent, die Josefstadt 31,4 Prozent. Insgesamt waren es bei der letzten Wahl 12,6 Prozent. Muss man da nicht sagen, angesichts der Zahlen, die ich jetzt genannt habe, von nun an ging es bergab. Also was ist Ihr Ziel für 2015? Naja, Sie haben es ja selber mitformuliert. Es wird vielleicht so sein, dass wir, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir beide oder Eva Klawischnik und Sie in einem Jahr hier sitzen werden und wir werden resümieren, dass die vier Ausständen, es ist jede Wahl wichtig, wir haben ja auch Burgenland und die Steiermark, dass wir die Grünen in jeder Wahl an Vertrauen zugelegt haben und wir werden die einzige Partei sein, die das in allen vier Bundesländern gemacht haben wird. Das kann man jetzt schon voraussagen. Wie vieles werden wir, das ist eine andere Frage, wird auch an uns liegen. Und was Wien betrifft, das war ja die konkrete Frage, ja da werden wir auch von den 12,5 Prozent dazugewinnen. Obwohl, ja, es ist doch nicht immer leicht mit der SPÖ zu regieren. Sie haben im Beitrag die Konflikte angesprochen. Aber es ist halt auch in diesen Jahren klar geworden, dass die SPÖ nicht mehr hier Alleinherrschaft ausüben kann, dass sie nicht mehr mit Allmachtsalüren hier ihre Privilegien aussitzen kann. Aber trotz der Probleme... Da werden wir noch ein paar Lösungen herbeiführen müssen. Und diese Wahlrechtsreform, wir wollen das ja nicht wegdrücken, diese Wahlrechtsreform steht an. Wir haben einen Vorschlag gemacht, treffen uns in der Mitte, dann schauen wir, ob sich die SPÖ bewegt. Ansonsten wird es halt einen Konflikt geben weiterhin. Das werden wir noch sehen bis zur Wahl. Nach diesem Wahlrecht soll ja auch gewählt werden im Herbst. Aber Sie sagen, trotz aller Konflikte, es soll eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der SPÖ in Wien geben. Das sieht man nach der Wahl. Aber natürlich ist das ein Ziel, dass die Grünen in den Regierungen sind. Sechs sind sie ja schon. Und das ist ja wirklich eine hervorragende Sache. Was ist denn die Alternative? Rot-Schwarz in den Bundesländern? Das wollen die Leute so nicht mehr. Auch nicht im Bund. Oder gar als Alternative die Blauen? Da kann man gleich die Korruptionsstaatsanwaltschaft verdoppeln. Also das wird noch weniger gewollt. Es ist doch hervorragend für das Land und für die Republik, wenn sie ein bisschen bunter wird. Und wenn wir auch... Ja, und das ist manchmal schwierig, wie sagt Maria Vasilakou, Regieren ist nichts für Lulus. Da hat sie recht, wenn wir uns da also dieser Sache stellen und nach Lösungen ringen und sie auch finden. Das ist manchmal was, was Kompromiss heißt. Wir sagen Lösungen suchen. Wir bitten sie auch an. Eine wichtige Wahl für Sie persönlich wahrscheinlich. Sie sind aus der Steiermark, ist die steirische Landtagswahl. Sollte sich dort Rot-Schwarz nicht mehr ausgehen, sind Sie dafür, dass die Grünen den Dritten im Bunde machen? Ja, das wird man auch nach der Wahl beurteilen. Aber ich würde es jedenfalls meinen steirischen Freundinnen und Freunden empfehlen, die Regierungsbeteiligung anzustreben. Das tun sie auch. Wir haben dort die Chance, zweistellig zu werden im Ergebnis, was dann eine hervorragende Voraussetzung für dieses Vorhaben ist. Aber es wird sich wohl nur eine Dreierkoalition ausgehen. Ja, wenn es die Grünen braucht, wird es vermutlich eine Dreierkoalition sein müssen. Aber so wie sich Rot und Schwarz dort jetzt nach unten bewegen, ist das ja durchaus im Bereich des Möglichen. Ja, und bei allen festen Fundamenten, die wir inhaltlich haben, sind wir auch in der Realpolitik gut angekommen. Ich finde, die Mischung ist super. Eine Wahl, die erst im übernächsten Jahr ansteht, aber wo schon jetzt sehr, sehr viel darüber diskutiert und spekuliert wird, ist die Bundespräsidentenwahl. Da wird immer wieder Alexander Van der Bellen als ein möglicher Kandidat genannt. Und die Grünen halten das auch ganz gerne so am Köcheln, die Diskussion. Er sagt nicht ja, er sagt nicht nein. Sind Sie dafür, dass Alexander Van der Bellen als Bundespräsident kandidiert? Ja, also bei mir ist von ihm angekommen, dass er sich 2015, möglicherweise gegen Ende nächsten Jahres, entscheiden wird. Was ich mir wünsche, ja, ich wünsche mir Alexander Van der Bellen als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Er ist seriös, er ist sehr sachlich fundiert und vor allem er hat die notwendige Erfahrung für dieses Amt. Sie kennen ihn so gut. Also ich will eh nicht, dass Sie seine Entscheidung bekannt geben, aber rechnen Sie eher damit, dass er es macht oder dass er es nicht macht? Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber Sie haben eine Ahnung, dadurch, dass Sie ihn so gut kennen. Ich kenne ihn eigentlich gut, aber bei unserem letzten Gespräch habe ich es immer noch nicht rausbekommen. Aber ich kann ja auf ihn einwirken wie andere auch. Ich glaube, das wünschen sich sehr viele Österreicherinnen und Österreicher. Das zeigen ja auch wieder die von mir sonst nicht immer so geschätzten Umfragen, aber das ist ein eindeutiges Bild. Man sieht auch die totale personalpolitische Ausdünnung von Rot und Schwarz. Also die sind ja mit allen aufbietenden Kandidaten weiter hinter. Ich sehe, Sie sind gerüstet, ihn weiterhin zu bearbeiten. Herr Kogler, vielen Dank fürs Kommen. Danke, ja, volles Gute. Gutes Neues Jahr. Danke Ihnen noch.